Hallo, mein Name ist Markus Schünemann. Ich bin CTO bei Amorelie, einem Startup in Berlin. Wir sind in fünf Ländern tätig momentan und wurden letztes Jahr von ProSieben, dem größten Fernsehsender Deutschlands, aufgerauft. SoftServe arbeite ich schon drei Jahre zusammen. Zwei Jahre bei Amorelie und ein Jahr bei meiner vorherigen Firma. Deswegen habe ich SoftServe auch bei Amorelie am Anfang eingeführt. Meine Erfahrungen sind sehr gut. Wir haben sehr viele flexible Möglichkeiten, die wir auch jetzt immer wieder wahrnehmen können, sei es in der Entwicklung, sei es auch in BI oder bei strategischen Ratschlägen. Alle Entwickler, die wir oder mit denen wir zusammenarbeiten, sind sehr erfahren und haben uns sehr geholfen, unseren aktuellen Stack aufzubauen. Wir haben alle Entwickler bei uns integriert in unsere kompletten Prozesse, in Stand-ups, in Meetings. Von daher sehen wir SoftServe auch nicht als ein Dienstleister, sondern als ein Teil vom Team. Ich danke meinem Team, meinem Ruby on Rails Team und PRP Team bei SoftServe für die lange Regel Zusammenarbeit und für ein tolles Teamwork. Sie waren bereits bei uns in Berlin und genauso freuen wir uns sehr, Sie hier in einen Rift besuchen zu können.